Ab Mai ist dieses exklusive Event-Restaurant in Junglinster gegenüber den drei RTL-Antennen zu vermieten. Das Restaurant gehört mit Sicherheit zu einem der schönsten Locations in ganz Luxemburg. Mein Name ist Tedrud Rigneri, ich bin zurzeit Geschäftsführer vom Restaurant V8 in Luxemburg. Das Lokal mit Wintergarten hat eine Größe von 450 Quadratmetern mit 130 Sitzplätzen, zusätzlich eine Terrasse von 90 Quadratmetern. Wir werden das Restaurant auch aus Altersgründen zum 1. Mai 2024 vermieten. Freuen würden wir uns über einen motivierten Koch, der seine Philosophie im Restaurant umsetzen möchte. Das Restaurant ist komplett ausgestattet, inklusive der Küche mit allen notwendigen Geräten und befindet sich in einem Top-Zustand. Hier können Sie sofort loslegen. Es sind natürlich ausreichend Kundenparkplätze vorhanden. Die Miete beträgt 6.900 Euro, natürlich kommen die Nebenkosten dazu. Ich möchte nochmals betonen, dass es uns sehr wichtig ist, dass dieses wunderschöne Restaurant in gute Hände kommt. Bei Interesse und für weitere Informationen, klicken Sie bitte auf den Link. Wir melden uns bei Ihnen.